Hallo, ich bin die Fabienne. Ich mache zurzeit gerade meine Masterarbeit an der Medizinischen Universität in Graz in der Arbeitsgruppe von Corinna Matreiter-Sokolowski. Gemeinsam mit einer PhD-Studentin von Corinna arbeite ich an Wirkstoffen in Krebszellen und an alternden Zellen. Ich habe meine Matura in Klangfurt am Gymnasium abgeschlossen und bin danach nach Graz gezogen und habe dort mein Bachelor in Chemie angefangen und abgeschlossen. Zurzeit mache ich gerade meinen Master in Biochemie und molekularer Biomedizin. Mein Interesse für die Naturwissenschaften hat sich eigentlich schon in der Schule gezeigt und mir war immer klar, dass ich auf jeden Fall irgendwas im naturwissenschaftlichen Bereich studieren möchte. Warum ich jetzt genau Biochemie, jetzt haben wir auch von Chemie auf Biochemie gegangen bin, ist einfach, weil mir die Stoffwechselvorgänge im Menschen sehr interessieren und generell die ganzen Einflüsse auf den Körper. Wenn ihr euch jetzt fragt, was man mit meinem Studium danach noch machen kann, es gibt zum einen die Möglichkeit einen PhD zu machen. Da könnt ihr euch gerne das Video von der Dorontina anschauen, die erklärt euch noch einmal genau, was man als Dissertantin oder PhD-Studentin macht. Oder zum anderen kann man auch in der Zellkultur arbeiten. Da könnt ihr euch gerne das Video von der Astrid anschauen, die erklärt euch da, was man genau in der Zellkultur macht und in ihrem Beruf. Für mich wird es wahrscheinlich in Richtung Forschung gehen, aber was genau, das sehen wir noch. Bis zum nächsten Mal.